Das Haus Maria bedeutet mir, dass die mir die Möglichkeiten gegeben haben, dass ich aus der Obdachlosigkeit rausgekommen bin. Dass ich wieder, sagen wir mal, ins Leben zurückgekommen bin und mir ein Fundament hier habe und mein Leben selbst gestalten kann und nicht mehr auf die Straße setze. Das ist eigentlich für mich eine sehr wichtige Sache, dass es im Leben jetzt weitergeht in der Obdachlosigkeit, war ja Stillstand gewesen, war ja nichts, aber gar nichts. Und das war natürlich, und da hat mich das Projekt hier, hat mich aus dem ganzen Zug herausgeholt.